Es war ein wunderschöner Tag, jeder war so gespannt. Es gab ein Picknick mit der Nintendo-Crew aus dem ganzen Land. Luigi sagte ihnen, Leute, hört mal zu, ich sag euch was. Ihr seid die allerbesten Freunde, mit euch macht das Leben Spaß. Sorry, hallo, ich bin der Sprecher für ein neues, tolles Spiel. Es heißt Super Smash Brothers. Das klingt gut, was ist das Ziel? Nun zuerst bring ich euch in eine Welt voller Hass und Krieg. Und dann müsst ihr gegen jeden kämpfen, den ihr kennt und liebt. Ey, ich glaub nicht, dass ich das tun will. Och komm, red doch kein Gewäch. Nun nimm dir deine kleinen Freunde. Es ist Zeit für einen Motherfucking-Smash. Oh, 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 oh. Halt, stopp, los geht's. Gib deine Freunde bis zum Mars. Das ist nicht cool. Auf Spaß, auf jeden Ende nach. Bis am Ende jeder für dich klar. 3, 2, 1, Smash. Mario. Hey, Bro. Deine Weichsteine soll 200% am Mars. Die brauch ich noch. Das kann ich dann nicht Friede sein. Also fuck, im Lug nicht. Das ganze Heer war zerschlagen. Und das der Opfer zerstört. Kirby hatte Donkey Kong in seinem Großmaul eingesperrt. Fox sagte, Mario, komm heul nicht. Lass uns kämpfen bis zum Tod. Ich bin Luigi. Durch das Blut ist mein Anzug schon ganz rot. Sonic war stark. Dann trat Link ihm in den Arsch. Und Pomelo verglückt nach kurzer Zeit ein wahnsinnvoller Hass. Er schoss Bowser in die Unendlichkeit und noch viel weiter weg. Und danach drei Falken-Crunches interessieren ihn ein Dreck. Es ist die Zeit endlich vorbei. Nimm mein Gesicht, hab einen Crash. Keine Sorge, Luigi. Die Uhr sagt 4, 3, 2, 1, Smash. Oh, das ist kacke. Du hast gegen Mario und Peach keine Chance. Du bist mein eigener Bruder. Pikachu ist viel weniger süß, wenn er dich jetzt einmal elektrifiziert hat. PKP! Samu. Was? Er ist genervt, du hast hier im Anzug dreckig gemacht. Und wieso tut ich? Ich hab nur noch eine Chance. Oh shit, ich glaub Luigi hat den Smash. Er sieht mich jetzt an. Ich schläg meine Freunde weg. Das interessiert mich, der Scheiß-Dick. Das wird ein Kratzesfest. Jetzt wird es mir klar. Am Ende haben wir Spaß. Das war schon immer der Fall. Ich denke, nur weil wir uns gegenseitig vermöbeln, heißt das nicht, dass wir keine Brüder sind. Ah! Mario, du bist scheiße! Leck mich! Ja.